Hallo Freunde des besonderen Theaters. Heute meine persönliche Meinung zu Papiertheater. Kennt ihr Blauland? Kennen Sie Papiertheater? Zwei Fragen und zwei Antworten in einem Text. Ich war mal wieder oft in Sachen Kultur unterwegs. Wir haben ja das ZIP in Gießen und das Team von einer Bühne versucht immer wieder besondere Schätze auszugraben. So zum Beispiel das Papiertheater Kleine Auszeit aus Großen Buseck, die das Stück Kennt ihr Blauland aufgeführt haben. Kennt ihr Blauland? Ist ein Kinderbuch von Tina Rau, welches es auch als Musical von Hans-Ulrich Pohl gibt. Ich erzähle mal kurz einen Teil der Geschichte. Es gibt ein Land, welches sich Blauland nennt. Und in diesem Land ist alles blau, also in verschiedenen Blautönen. Auch die Menschen dort sind blau und heißen Fitzlipuznys. Neben dem Blauland lebt der Farbenkönig. Und der möchte den Fitzlipuznys etwas Gutes tun. Eine weitere Farbe schenken. Und dies ist die Farbe Rot. Und einer der Fitzlipuznys wird dann auch Rot. Dies erzeugt aber Neid und Mistgunst. Und es gibt echt Streit zwischen den Fitzlipuznys. Und keiner will mit dem Roten spielen. Und so schickt der Farbenkönig noch eine gelbe Kugel, die einen der Fitzlipuznys gelb färbt. Der will aber auch nicht mit dem Roten spielen, sondern hält sich auch für etwas Besseres. Wie es ausgeht, lest ihr entweder selbst oder wenn ihr in der Nähe von Großen Buseck wohnt, besucht doch einfach mal die Aufführung. Nun zur Vorstellung des Papiertheaters Kleiner Auszeit. Also Papiertheater ist einem großen Theater nachempfunden. Und nicht mit dem Schattentheater zu vergleichen. Die Bühne des Theaters Kleiner Auszeit hat viel Tiefe. Es ist von vorne einer Theaterbühne nachempfunden. Links und rechts sind schwarze Trennwände aufgestellt. Es ist die mobile Bühne des Theaters. Auf dieser Bühne gibt es ein Bühnenbild, wo sich dazwischen oder davor die Figuren bewegen. Die Figuren sind alles, was da auf der Bühne steht oder sich bewegt, sind aus Papier. In liebevoller Kleinarbeit, ausgeschnitten und bemalt. Es gibt keine Vorlagen für das Stück Kennt ihr Blauland als Papiertheater. So ist alles von den beiden Akteuren Susanne und Stefan Schweig selbst gebastelt. Es wird auch überlegt, wie man die Geschichte am besten umsetzen kann. Wie das mit den Kugeln am besten wirkt. Wie die Figuren sich verändern. Das genaue Timing der Figuren auf genau den richtigen Platz. So, dass ein Theaterstück daraus entsteht. Man hat auch das Gefühl, dass sie sich gut bewegen und wirklich miteinander interagieren. Gut, die Stimmen und die Musik sind ein Playback. Aber auch da wird es sich Mühe mit dem Detail gegeben. Es werden verschiedene Sprecher eingebaut, die man teilweise aus dem Rundfunk kennt. Die einfach gesagt haben, das finde ich gut. Da mache ich mit. Natürlich sprechen auch die beiden manche Figuren. Und sie machen das wirklich gut. Wobei ich sagen muss, dass man bei Susanne merkt, dass sie öfter auch mal vorliest. Ihre Betonungen sind einfach etwas lebendiger. Aber das ist Meckern auf verdammt hohem Niveau. Denn, und dies ist mir verdammt wichtig, man merkt dem Stück an, dass es mit so viel Liebe zum Detail gemacht wurde. Man merkt diese Liebe zum Papiertheater auch nach der Vorstellung. Da werden Fragen beantwortet. Auf jedes Kind wird eingegangen. Die Erwachsenen bekommen das Papiertheater hinter der Bühne zusammen mit den Kindern in kleinen Gruppen erklärt und näher gebracht. Man sieht auch die leuchtenden Augen und das Staunen bei Groß und Klein. Und das ist einfach etwas Besonderes. Dies liegt auch an den beiden, die sich da schon fast entschuldigen, da Blauland laut ihren Aussagen noch eines der einfacheren Bühnenbilder und Figuren sind. Da wird immer wieder Kalif Storch genannt. Oder die Regentrude. Oder da sind, da wird schon mit leuchtenden Augen von Frau Holle erzählt, was eigentlich im Dezember aufgeführt werden sollte, aber doch noch nicht fertig ist. Ich bin ja schon von kennt ihr Blauland von Bekommen begeistert. Ja, ich bin bei der Geschichte sicherlich nicht, auch nicht das Zielpublikum. Aber mal ehrlich, ist man eigentlich zu alt für etwas Besonderes? Etwas, was es so, nicht so oft in unserem Land gibt? Je mehr ich mich mit dem Thema auseinandersetze, desto mehr fasziniert es mich. Kann man es sich vorstellen, dass es Faust als Papiertheater gibt oder in 80 Tagen um die Welt oder Opern. Papiertheater decken das ganze Spektrum des Theaters ab und sind doch lange Zeit vergessen worden. Susanne und Stefan Schweig haben ein besonderes Hebel für Märchen, weswegen sie auch Rotkäppchen in der Version von 1880 aufführen. Aber dies ist nichts für kleine Kinder, denn auch Märchen können nun mal brutal sein. Ich finde, es ist aber wichtig, dass eine Tradition wie das Papiertheater oder Märchen im Allgemeinen nicht vergessen werden, egal wie alt sie nun mal sind. Falls ihr euch fragt, wie teuer so ein Besuch beim Papiertheater ist, für Erwachsene 7 bis 8 Euro. Je nach Stück. Und ja, die Stücke sind nur ca. 30 bis 60 Minuten lang. Aber man muss daher auch ein wenig die Arbeit über Monate hinweg einrechnen. Und da finde ich das noch als zu billig. Kindergärten, Schulen oder Einrichtungen wie zum Beispiel das ZIP können das Theater auch mieten und so den Kindern und natürlich auch den Erwachsenen ein besonderes Highlight bieten. Mein Dank geht heute mal wieder an einer Bühne vom ZIP. Dass sie den Raum zur Verfügung gestellt haben und es für alle kostenlos angeboten haben, schaut doch einfach mal im Internet beim ZIP Gießen vorbei. Da gibt es immer wieder tolle Veranstaltungen. Und wenn ihr gerade schon im Internet seid, schaut doch einmal bei dem Papiertheater kleine Auszeiten euch das einfach an. Und vielleicht kommt ihr ja auch mal bei euch vorbei. Oder noch besser besucht sie am Wochenende doch mal eine ihrer Aufführungen in großem Busseck. Ich würde es ihnen sehr wünschen. Bis bald, euer Markus von literaturlaunch.eu